Company of Heroes 2, da sind wir wieder, nicht wundern, falls zumindest ich, ich weiß nicht, wie es bei Lyft ist, ich denke mir auch, wenn wir ein bisschen kaputt klingen, es liegt einfach daran, dass es so warm, ich schmelze, ich sterbe hier, aber trotzdem sind wir noch motiviert und kraftvoll genug, uns in einem Match, ja, das Wasser zu reichen, oder wir versuchen zumindest, oder ich versuch's zumindest, mal gucken, ja, gibt's irgendwelche Anmerkungen für das Match hier, irgendwas Besonderes? Ja, ich verzichte wieder auf Brandattacken, also auf die Himmelsschläge von Commandern, dann mal sehen. Apropos Commander, will ich mal gucken, was es hier noch so für Commander gibt. Und das freut sich sicher zu hören, dass ich diesmal nicht die Briten nehme, denn mit den Briten hatte ich ja diesen einen tollen Luftland-Offizier, der Luftschläge hatte. Ja, ja, warte mal, der sieht interessant aus. Der gefällt mir. Aber weißt du was, ich lass sie erstmal so, ich probier mal die Kommandanten durch, ich hab's letztes Mal ja den Tiger-Ass-Kommandanten genommen, und ich weiß, der Tiger-Ass ist stark, aber ich möchte mal sehen, was die anderen können. Jo, soll ich einfach go machen? Ja, ja, mach mal. Ist das eine neue Karte, oder ist das eine vorinstallierte Karte? Ich glaub, also, das ist jetzt keine ganz neue neue Karte in dem Sinn, aber ich glaub, das ist eine, die wir bisher noch nicht wirklich gespielt hatten. Bierstockmarkt. Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab versucht, den Namen auszusprechen von der Karte. Ah, okay, das kann's erklären. Hätte auch ein Leck sein können. Ja, Bierstock. Wie spricht man das denn aus? Bierstock oder Bierstockmarkt? Sicher nicht Bierstock. Ganz sicher nicht. Bierstock, ne? Bierstockmarkt. Bierstock. So, Community-Karte von Trick. Vielleicht auch Bierstock? Also, das ist das S zum Bier. Bierstock. Vielleicht ein bisschen länger hinten ausgesprochen. Ich mein, ich weiß ja nicht, ist das jetzt, ist das für eine Sprache, oder was ist denn das für eine Stadt? Ich guck mal, solange ich in der Lade, das interessiert mich jetzt mal. Guck mal mal. Ich guck mal jetzt auch, warum ist das Kotzilaib. Kotzilaib. B-A- Bierstock, statt in Polen. Es ist zumindest... Bierstock. In der Nähe von Wasilkow, Pasli und Sabludow. Jetzt weiß das, ne? Mhm. Ah. Jetzt hat man mal wieder was dazugelernt, ne? Wenn du mir das am Ende der Runde auch noch sagen kannst, bin ich beeindruckt. Ah ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Jetzt wird sie zeigen. So, boah. Ich hoffe, man hört den Ventilator im Hintergrund nicht, aber ohne Ventilator sterbe ich hier. Aber ich nehme an, so hätte es bisher schon was gesagt, wenn was wäre, ne? Ja, also ich höre nichts. Das ist wirklich wunderbar. Ich freue mich. Ich war eine gleiche... Ich kann auch an meinem Alter liegen, aber... Ja, das stimmt. Das ist sehr realistisch. Ja. Hä, warum geht denn der da lang? Sollte nicht da lang gehen. Ne, äh, ich wundere mich gerade nur, warum der Computer gerade den Punkt einnimmt. Das verstehe ich nicht. Der könnte ja eigentlich auf seiner Seite bleiben, aber der rennt mir jetzt gerade mehr oder weniger entgegen. Wahrscheinlich dachte er, du bist zu langsam. Ne, ich bin sofort losgestürmt, ne? Ne, ne. Das kann es nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Kommst du da raus? Deine Mutter erwartet Befehle. Ich war nicht auf, wie passierst du genommen? Die Amis? Nein. Briten. Äh, nicht Briten. Äh, Russen. Achso. Ja, klar nimmst du die Russen, ne? Damit du wenigstens deine Kartuschka da bauen kannst, ne? Ja, da sagst du nichts dazu, ey. Genau das... Kann ich bei den Briten auch bauen, wenn ich den richtigen Kommandanten nehme. Ja, aber der ist echt abartig der Kommandant gewesen, muss man ehrlich mal sagen. Den fand ich nicht schön, also... Der war... Ich hab ja auch nie gesehen oder sowas. Ich meine, du warst versprochen... Das war kein Kommandant, das war einfach nur eine Einheit, die ich ganz regulär habe. Ja, ja, ich verspreche mich darüber, du weißt aber, was ich meine. Ich kenne den doch, dieser Luftwaffenoffizier oder sowas heißt der, glaube ich, ne? Genau. Luftlandeoffizier. Ja, ja. Also ich kenne das schon, ja, da kommt mir bekannt vor, aber... Ist halt schwierig. Boah, das ist aber alles nah beieinander, ja. Meine Fresse. Ein MG42-Trupp ist bereit zum Einsatz. Wir müssen einen Pioniere gehen zum Ziel. Kontakt, Infanterie! Ja, da kommst du ja schon hier. Du Wurm. Katze, geh mal kurz weg. Du verdeckst gerade den Feind. Ja, da rennst du weg. Das ist immer so das Beste, wenn... Wenn das mal irgendwie... Du hast ja schon ein Maschinengewehr. Naja, gut, das ist jetzt, ne? Du hast die Wehrmacht auch schon tausendmal gespielt, das ist halt normal bei denen, weißt du? Ja, natürlich. Aber ich dachte halt nur, natürlich renne ich vor dem Maschinengewehr weg. Na, du hast halt Angst, vor allem und jedem. Ich hab Angst vor deinem Gesicht. Was nennt man eher vor euch, nicht Angst? Ne, ne, Angst tritt. Ja, wieder bezaubernd, ja. Die Liebe, die hier spürt. Ich hab hier mit seinen Frechheiten angefangen. Ach, Frechheiten. Es ist keine Liebe. Produktionserweiterung abgeschlossen. Das hat deine Mutter auch gesagt, als sie dich geboren hat. Wow. Ja, ich... 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 Ach komm, ja, nee, 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 du musst nix sagen, ja, weißt du, du gibst mir ja auch... Du provozierst das ja auch, weißt du, und irgendwann kommt halt meine Träne, was soll ich sagen. Wir müssen weiter. Sind unterwegs. Ja. Erobern. Ich frag mich, was der da macht. Sollten auf dem Weg. Äh. Wir richten einen Bug ein. Brauchen Sie Feuer? Erobern Land vom Feind. Er ist ja schon voll dabei, ja. Er ist schon voll dabei. Hast du grad ein Ziel, oder bist du grad einfach nur verwirrt? Was sagst du? Hast du grad ein Ziel, oder bist du nur verwirrt? Äh, ich vernichte gerade, äh, deinen Bot. Ich hab grad zwei Trupps von ihm vernichtet. Gut, dafür kann ich ja nix, wenn er so schlecht ist, weißt du, also... Oh, und jetzt krieg ich die Mitte. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorwärtser Front an. Ist das so? Du hast ja nicht schon ernsthaft eine MG-Stellung, also nicht nur, äh... Ja, was witzeln wir jetzt von mir? Lass mich doch haben, was ich möchte. Das war mein gutes Recht, oder? Nein. Ein neues Halbkettenfahrzeug steht uns zur Verfügung. Schneller! Wir sind Pioniere! Pioniere versuchen Eroberung! Das geht der Beschluss durch Handvolle Masieren! Ja, weißt du genau, weg da. So, das ist immer eine gute Entscheidung. Ich bin stolz, wenn du einsiehst, dass es sinnlos ist, dass du es noch probierst. Einen Fuß vor den anderen, Kinder. Sehe ich das also ein? Du siehst es ein, ja? Oder war das gerade Ironie? Das war Ironie. Ey! Aber was bist denn du für ein Typ, ey, mal ehrlich? Einer von den Nissen. Sagt er, und war der böseste Mensch der Welt. Ja, er läuft nach Hause, ganz ehrlich. Das, was du gerade machst, ist nur Nerven. Das hat auch keinen Sinn, was du da machst. Das ist einfach nur... Der Feind greift eine zu unserer Gebäude in vorderster Front an. Einfach nur so. Ich bin getrampelt! In den Bewegung! Zurückfallen! Das hast du mich ein bisschen genervt. Schützen hier! Das ist nicht schön. Das brauche ich in meinem Leben auch nicht, muss ich mir jetzt ehrlich sagen. Ja, alle Mann an Bord! Du bist ja schon penetrant gerade, also das ist nicht schön. Wirklich. Lass mal gut sein. Wir haben eine Sucht, uns unseren Sektor zu entreißen. Aber ich sehe zumindest, was du vorhast. Denkst du immer, du bist so... Ich tue was euch denn vor. Ah ne, das sage ich dir doch nicht. Wir verlieren einen Sektor. Du willst mir nicht sagen, was ich vorhabe? Naja, nicht, dass du denken könntest, dass ich ahne... Also, ich habe schon Ahnung, aber das meine ich nicht damit. Du weißt, dass ich meine, Mann. Der Feind erobert unser Gebiet. Ne, sorry. Ach, geh nach Hause. Lieterausbildung begonnen. Neue Einheiten bereit zum Einsatz. Der Bunker wurde nun zu einer medizinischen Notstation. Scheiße, habe ich ihn hier sehen. Der Feind hat einen MG-Truck getötet. Du bist so ein Arsch, ey, wirklich. Das ist wirklich so typisch. Schlicht nicht. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass du sowas nicht verstehst. Das ist zu hoch für dich. Nervsgrad denn schön, das muss ich ehrlich mal sagen. Das ist doch erfreulich. So, ey. Das muss ich mir nicht geben. Ja, das ist mir jetzt gerade zu nervig hier mit den ganzen komischen Mörsern. Das ist sowas, würde ich nie machen. Mörser-Taktiker Nummer 1, würde ich nie machen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ja, glaubt mich, dass es das schon war. Ich habe viel in Petto hier. Okay. Gut, wir sind auch gar nicht mehr. Beispiel. Haha, sag ich dir doch nicht. Das ist unsere Gebäude in vorderster Front an. Okay. Du belastender Mensch. Weitliche Einheiten sichern unser Territorium. Halbkentenfahrt seid bereit. Ja. MG-Trupp ist unterwegs. Rennlich haben wir unsere Panzer-Sport. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Ja, da, da, da. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Komm, vorwärts. Blablabla. Ja, das haben die Feinde gemacht. Ja, die Feinde sind auch wirklich nervig. Muss man mal sagen. Peletrante Existenzen. Na, fährst du mal weiter. Ist ja gut. Na, geh einfach weg. Verschwinde. Ah, ich will einfach, dass du gehst. Das ist mein nächster Wunsch. Ja, du bist schon ein bisschen penetrant gerade, muss man eigentlich nur sagen. Okay. Ich finde das nicht gut. Stopp, deswegen geh nach Hause. Was hast du da schon für Zeug hier? Wie viele Einheiten sind das denn? Inetrantus totalus lifticus. Noch schlimmer geht's eigentlich gar nicht, ja? Na ja, lift. Also ganz ehrlich. Es ist mir schon leid. Ja. Also einfach nur so. Kein Grund, aber ich sag's trotzdem. Ja, ist in Ordnung. Also es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Gehen fort an einen anderen Ort. Ich will dich hier nicht haben. Das ist aber auch ne... Ist aber auch hier ein abartiger Punkt, muss man halt nicht mal sagen, ne? Kann das sein, dass gerade der Computer ein bisschen aggressiv ist und da an deine Basis gerannt ist, oder was war das? Er hat das Gebiet vergrößert. Er hält meine Einheiten verfolgt. Hat's was gebracht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja ein einfacher... Einfacher PC, ne? Ja, hat nicht viel gebracht. Pioniertrupp in Bewegung. Der macht mich fertig. Kleine Fabrik, wir rücken da. So wie du. Ruhe Männer, wir erhalten neue Befehle. Der Krieg macht uns alle zu Tieren. So, auf dem Weg. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Flammen... Wir witzeln die Position. Unterwegs. Wir haben Feindkontakt. Wir sind nicht schlecht und wir gehen. Wir sind verheißen. Wir sind verheißen. Alter, was ist denn da los schon wieder? Was geht denn jetzt ab hier? Ist abartig, was du gerade präsentierst hier. Muss man halt nicht mal sagen. Es reicht. Hint fort mit dir, du Schifft. Los, los! Herr, bring dir's hin. Gut. Nein, das... Ja, du bist schon ein penetranter Mensch. Das muss man jetzt auch mal so direkt sagen dürfen. Also... Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit meinem Zeug hier? Das ist interessant. Brauchen Sie Feuerunterstützung? Was gibt es denn eigentlich noch? Ich schummele überhaupt nicht. Du kannst an... Der Schnellwagen ist eingetroffen. Das ist ja bezaubernd. Okay, rücken aus. Gut zu wissen. Zwei Rücken. Schnellwagen rückt aus. Rücken vor. Der Laufkläger benötigt? Naja, ich weiß doch schon, was du vorhast, du. Rücken weiter. Trupp, wir geben uns zur Position. Halbkentenfahrzeug setzt sich in Bewegung. Bist ein schlechter Mensch. Unterwegs. Okay. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ja, bring dir uns hin. Rücken nach. Unterwegs. Hinten, ganz erschreckt nach oben. Wir rücken nach. Halbkentenfahrzeug setzt sich in Bewegung. Rücken nach. Oh, er kommt doch gleich wieder mit seiner ganzen Armee an, ja ey. Jetzt reicht's aber auch mal, Lift, Mensch. Du musst nochmal lernen, einfach aufzugeben, wenn's soweit ist. Versteh ich nicht. Ja. Weißt du, ich verstehe, dass du nichts verstehst generell. Genauso schätze ich dich ein, weißt du? Alter, wir verschwinden hier. Alter, was? Was soll denn das jetzt? Willst du mich verarschen, sag mal? Na klar, willst du, explodieren wir doch meine Mien, die ich da hingelegt habe, weißt du? Ach mal, lass mich doch in Ruhe, ja ey. Ich bin schon ein Stück, ey, wirklich. Mich nervt es, dass du immer gleich solche Dreier- und Zweier-Sterne hast, ey. Du hast so starke Einheiten dadurch. Oh, das ist aber schön. Freut mich. Was ist das jetzt? Aha. Das ist überhaupt nicht interessant. Brauch ich nicht. Was ist los? Oh, das ist ziemlich teuer hier. Na ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe auch meine Problemchen, so ist es nicht, ne? Ich meine, du bist halt schon penetrant und... Ja, das mag halt keiner, ne? Kannst du verstehen, oder? Ja, das schätze ich dich ein. Das passt schon. Lass mich aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So geht es schon mal nicht weiter. Man hat uns frische Panzergrenadiere zugeteilt. Panzerschreck sind jetzt unterwegs. Einen Fuß vor den anderen, Kinder. Panzergrenadiere! Aua. Nee, das war nicht so, wie ich es wollte. Ach, junger, junger, junger. Ey! Er erobert unser Gebiet. Meine Fresse! Alter, jetzt hat er schon wieder eine Kartusche gebaut. Ich glaube es nicht. Wir können hier nicht mehr tun. Wir können hier nicht mehr tun. Feindliche Einheiten sicher untertiteln. Ey, jedes Mal schaffst du das, wenn ich wegrenne. Jedes Mal schaffst... Nee, ich habe mich einfach vernichtet. Nee, ich meine, jedes Mal schaffst du das, äh... Meine Einheiten beim Weckrennen umzubringen, das jedes Mal. Also ich krieg dich nie ran. Ja, du hast doch jetzt auch gerade einen Trupp von mir vernichtet. Ja, einen. So einen kleinen Minitrupp da, das macht doch nichts aus. Ja, ich hab auch einen von dir vernichtet. Ja, das ist unfair. Du sollst nichts von mir vernichten. So macht das doch keinen Spaß. Kann ich jetzt endlich mal hier... Scheiße, ey. Alles macht er kaputt mit seiner Existenz. Jawohl, in Bewegung. Panther-Abwehr-Trupp rückt aus. Mörser abbauen, wir müssen los. Panther schreckt nach vorn. Wir rücken aus. Nehmen es ein. Was ist hier eigentlich los? Nehmen neue Positionen ein. Der Mörser mal unterwegs. Jetzt mal ehrlich, also gerade gefällt mir das hier nicht ganz. Was reden eigentlich immer so die Einheiten so viel? Also die erfüllen immer so richtig kleine Monologe hier. Da hat gerade jemand von meinen Einheiten sein ganzes Inventar irgendwie durchgezählt. Ich meine, warum nicht, aber ich finde es halt lustig. M-Vorwärts. Wie lauten Ihre Befehle? Marschieren wie befohlen. Schütze! Sie werden von Einheiten der Roten Armee beschossen! Schütze! Vorrücken! Trupp rückt aus. Ein MG-Trupp erwartet Befehle. Nein, du blöde Kartuschka, ey. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Ach, geh weg. Ja, klar, wisst du, der Volotov-Cock, der darf nicht fehlen, ne? Der muss natürlich nochmal geworfen werden, Jan. Natürlich. Unangenehmer Mensch, du. Wir verlieren einen Sektor, noch nicht. Ich bin immer noch im Spiel. Noch ist nichts verloren. Solange Liv nicht sein Gesicht zeigt. Das ist sehr unfreundlich. Naja. Ich habe von dem Besten gelernt. Mach einfach keinen Unsinn. Mörser anbaut, wir müssen los. Einsatzbereit, warten auf Panzer. In Bewegung. Erwartende Befehle. Körneratwehr vertroffen. Unterwegs. Jetzt muss aber langsam mal, müsste ich mal an den Punkt kommen, an den ich noch nicht kommen kann. Was ist denn das? Okay, das war vernichtet. War es vernichtet. Was heißt hier, was habe ich vernichtet? Sprich mit mir. Du hast mit deinem Luftangriff, hast deinen Trupp komplett vernichtet. Ja, mein Gott. Das war doch dein Luftangriff, oder nicht? Hallo? Ja. Ja, nochmal ein Soldaten-Trupp. Das war ein Luftangriff von mir, das stimmt. Obwohl ich sofort weggerannt bin. Das ist unfair. Splitterbombe heißt das Ding. Dafür ist es... Aber was ich dir vielleicht als Tipp geben kann, sollte ich wahrscheinlich nicht machen, weil du mein Gegner bist, aber... Es ist halt nur eine kurze Linie, die das Ding angreift. Das ist jetzt kein... Ja, ja, ich kenne die. Ich weiß genau, wie die Splitterbombe ist. Okay. Ich habe die Wehrmacht selbst oft genug gespielt. Ja, nur gut, hätte es sein können, dass du den Commander noch nicht gespielt hast, oder so. Hätte ja sein können, man weiß es ja nicht, ne? Wette. Was geht denn hier ab, ey? Was hast du da schon wieder vom Monstrum gebaut, ja? Meins ehrlich. Leck mich doch am Arsch! Geh weg! Nein, werde ich... Doch! Du bist ein ungemeiner Mensch. Nein, du kannst mich nicht zwingen. Doch, kann ich. Und du wüsstest, dass ich alles kann. Ich bin ein starker Mensch. Ich bin ein starker Mensch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich behaupte, aber ein guter Typ zu sein. Das ist gerade schon stressig, oder? Kennst du nicht? Oh, ein bisschen. Ich gebe dir wieder viel ab. Eieiei. Okay, interessant. Worüber freust du dich hier? Willst du das wirklich wissen? Ich meine, ich saß hier nicht, ne? Scheiße, ey. Das ist nicht normal, ey. Alter, Falter. Ich will nur sagen, du hast gerade fast zwei Panzer von mir zerstört. Die hatten beide Motorschaden, hättest du ein bisschen gedrückt, hättest du die zerstören können. Ja, ich kam nicht ran. Ja, ich kam nicht ran. Kam es nicht ran? Nein. Ach so, okay. Interessant. Der Feuer beim Wasser auf den Panzer. Der Feuer im Jawasen. Das ist nicht drin. Der Feuer beim Panzer. Der Feuer dem Wohnen. Oder der Feuer des�z. Ja, das ist nicht drin. Der Feuer, der Feuer. Der Feuer und der Panzer. Ich hab ihn! Geh mir doch nicht auf den Sack. Ach, da ist jemand ein schlechter Verlierer. Ich merk schon. So gefällt mir das doch. Bist du ein bisschen frustriert, he? Dachtest du kommst jetzt durch wahrscheinlich? Alles gut, es ist ne ausgeglichene Runde. Ausgeglichene Runden sind nicht frustrierend. Ja ne, ich weiß das jetzt so. Es hat Spaß gemacht irgendwie gerade. Es war ne heiße Runde da. Ein frischer Mörser-Trupp ist eingetroffen. Wir messen die Position. Ein MG-Trupp erwartet Befehle. MG-Einheit bereit. Brauchen Sie einen direkten Bescheid? Ja. Sind unterwegs. Ist irgendwas? In Bereitschaft. Wechseln das Einsatzgebiet. Konzer Grenadieren! MG-Trupp ist unterwegs. Mal haben kein Panzerstieg zum Panzerhausbescheid. In Bewegung. Sicher den Bereich. Abzeichen! Hammer's doch. So gefällt mir das. Auswind geladen und bereit! Was hast du? Nichts? Was soll ich haben? Das MG-Abbauen, wir müssen weiter. Keine Ahnung. Garnung. Lass mich doch mal eine Freude haben hier. Nein. Nein. Na wo ist er? Ich versteh nicht, warum das nicht funktioniert gerade. Ah, scheiße. Du bist ja nervig. Panzer. Yes, ein Panzer zerstört. Wenn auch nur vom Bot, aber immerhin. Ja, du bist halt echt gemein. Das macht kein guter Christ. Ein Christ? Wer hat gesagt, dass ich ein guter bin? Ja, ich meine, damit beschmückt man sich doch gerne mal, oder? Wird sie eher ein Böser sein. Echte Vergebung für alles, was ich falsch mache. Naja, das glaubst auch nur du. Das will ich sehen, dass du Vergebung bekommst. Infiltrationsspezialisten sind nun einsatzbereit. Bist schon ein gemeiner Mensch. Mörsertruppe unterwegs. Unterwegs. Wir witzeln die Position. Mörsen Sie in die Rechtsverschuldung. Möcher wird angegessen. Marschieren wie befohlen. Mörser abbaus. Wir müssen los. So, was mache ich jetzt? Wird so viele Dinge, die ich tun kann. Ja. Es wird erledigt. Ja. Ja. Herz. 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 Ich habe bestimmte Dinge vor, ich weiß noch nicht was. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Scheiße. Ah, du hast ein Glück. Eine unserer Panzereinheiten wurde ausgeschüttet. Du bleh Arsch. Boah, ey, das würde ich jetzt einfach eine Bombe in deine Basis werfen, weißt du das? Ja. Okay, verstehe ich nicht. Nein, warum stehen die denn da noch? Was war das denn? Ich habe die doch alle zurückgeschickt, verdammt normal. Oh, ich kriege die Krise, ey. Da bleibt immer einer zurück, ey. Kann doch nicht sein, ja. Ich kotze, ey. Das MG abbauen, wir müssen weiter. Sind unterwegs. MG-Trupp ist unterwegs. Halbkettenfahrzeug ist eingetroffen. Ach, nö, du hast den Panzer zerstört. Ich? Ja, oder der Gegner. Ja, gut. Das fand ich voll gemein, das hatte ich mir doch gerade frisch geklaut. Boah, so immer bist du, Alter. Das ist krass. Hast du nicht mal, schämst dich nicht mal für deine Existenz, ja. Ja, Granatwärfer tropfen. Lol, geht gleich um meine ganze Existenz. Lol. Na ja, wir wollen mal gleich, ne. Muss ja... Muss ja bei der Sache bleiben. Oh. Welche? Schützen hier. Erwarten Feueraufrag. Wie lauten Ihre Befehle? Hochexplosive Geschotte bereit. Jawohl. Das MG abbauen, wir müssen weiter. Halbkettenfahrzeug unterwegs. Ja, mir gefällt das nicht was zum Ars Lift. Mir schon. Ne, ne. So verhält sich kein guter Mensch. Schlafen und gefördert. Schlafen, die mit Befeilung. Lass gut sein Lift, lass gut sein Lift. Die Traz-Ratwick-Spezialisten sind nun einsatzbereit. Schlafen aus hier. Zurück weiter bei der Neubaulde. Ja, du nutzt natürlich, ne. Luftangriff kannst du nicht machen, aber natürlich eine Kartusche nach der nächsten bauen. Na ja. Ach, mach doch so einen großen Unterschied ey. Du bist ein Typen ey. Wirklich. Oh, ne, was ist denn das schon wieder für ein Monstrum hier? Geh doch weg, dann muss man auch mal akzeptieren, dass du hier nicht erwünscht bist. So. Jetzt mal ganz direkt zusammen. Jetzt kommst du eh mit deinem perversen Ding da um der Ecke. Naja, hab ich doch gewusst. Ja, es ist schon pervers, muss man ehrlich mal sagen. Oh, Jesus Christus. Nein, 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 das will ich nicht hören. Kommen wir jetzt nicht wieder so. Ich weiß, dass du nicht der einzig verhaben bist. Das ist nicht mehr das einzig wahre Bootleg. Ach, Lift ey, wie kann man nur so ein Mensch sein wie du? Also, es ist... Es ist schon warm. Es ist... Es ist schon warm. Ich brauch Ressourcen. Du kannst dich doch nicht wohlfühlen, Lift. Mal ehrlich. Warum nicht? Ja, weil es ist halt einfach, ne? So wie du spielst, das zeugt von sehr großen psychisch-traumatischen Störungen. Wir schützen hier! Wir geben uns zur Position! Ich habe gebeten, uns zur Arsillerie zu kommen. Guck! Nach hier! Nach hier! Nach hier! Nach hier! Nach hier! Jetzt wird's böse! Böse! Ich bin so böse Ich bin so frech, da macht er das auch noch, wenn ich gerade mal nicht da bin, ne? Ja natürlich, wenn du nicht da bist Du hättest noch warten können So, boah, das hast du verdient Das hast du jetzt sowas von verdient, mein Lieber Und ich weiß nicht mal von wo Ich weiß nicht mal von wo Nein, das war schon Lüge So, egal Ich hab dich trotzdem umgebracht, zumindest ein Tropf Das ist ungünstig, was gerade passiert ist Ich mach dich jetzt sowas von kaputt, dass du weinst Du wirst weinen Das kann kein Mensch ertragen, was jetzt echt passieren wird Ich bin ja auch kein Mensch Das stimmt, du bist ein Monster Nein, ich meine, ich höre jetzt auf So meine ich es nicht Dieses Spiel weckt ganz komisch So meine ich es schon nicht Ja, ja, dieses Spiel weckt ganz böse Gefühle in mir So bin ich eigentlich nicht so ein Mensch, ne? Aber du machst mich zu sowas, ja Denk mal drüber nach, ja Wow, bist du frech Du bist ja frech, Mensch Warum steht denn der einfach nur rum da? Ist der doof? Geh weg Ja, ich renne ja Du hast es verstanden, dass du da nicht sein sollst, ja? Du hast es verstanden, gut Nee, hab ich nicht Geh nach Hause Renn da, gehörst du hin Yes, da ist er Der Josef Stalin Panzer Was ist das denn? Der stärkste Panzer, den man bauen kann 640 Körbekraft 230 über meinen Kommandanten Schwäger Panzer Ah, jetzt hör auf Das ist vergleichbar mit dem Tiger Nee, jetzt wird es abartig Nee, jetzt muss sowas So wollen wir nicht spielen Also Das muss ich sein Lüft, das weißt du ganz genau Also eigentlich will ich es genau so spielen Ja, weil du ein unpärer Mensch bist Also So spielen nur Verlierer Jawohl, das ist Feindgebiet Unter Marschbefehl Jawohl Unterwegs ins Feindgebiet Einfach Wir gehen weiter Wir sind unterwegs Ist das der An der da steht? Nee Nein 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 Was passiert denn jetzt Ich blicke ja auch nicht mehr in Ruhe Was denn gerade passiert Ja Alter, was ist denn das für ein Monstrum? Wie viel Patzer hast denn du, du Arschloch? Das muss doch ein Ende haben. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das liebe, wenn der immer genau dann umdreht, wenn er sich einfach nur... Ja, Wörter sind die in Ordnung und wir müssen weiter. Beeilung, Trupp. Bewege, Wörter bestätigen Positionswechsel. Wir müssen unser Hauptplatz hier verteidigen. Alter, Mensch, ich hasse diese Taktik von dir immer, dieses... Ich renne da einfach rein, wie so ein Arschloch, ja. Ah, alles gut, ne? Ist natürlich total fair, was gerade passiert hier. Ach, du willst dich doch verarschen. Das kann doch nicht sein, dass du mit drei Panzern meine ganze Basis-Tach störst, Alter. Das ist doch total over the top hier. Na klar, komm. Als ob, ey. Das soll fair sein, was hier gerade passiert, ehrlich. Ich hab dich mit dir super in den Schach gehalten, du kommst mit drei Panzern da rein, das war's. Na, super. Boah, geil. Das ist total fair, ey. Ach, komm, mir. Ich heb auf. Das ist sinnlos hier, ey. Was ist das schon wieder? Das ist doch scheiße. Also wirklich. Sorry. Naja, das ist doch... Das mach ich damit. Das ist wieder so ein Punkt, ey. Das kann doch nicht sein, dass du mit drei Einheiten eine ganze Basis-Tach störst. Ich mein, mag sein, dass das Ding stark sein kann oder so. Dieser Panzer ist ja gut, aber doch nicht so. Boah, also... Bei allem, ich hatte drei oder vier, fünf von diesen Panzergrenadieren und diese Spezialeinheit, die extra nochmal mit Panzerfäusten ausgerüstet war, trotzdem hat's nicht gereicht, ne? Hm. Ja, also ich sag jetzt mal, das war halt der Zeitpunkt, ne? Das kann man natürlich nicht immer machen. Boah, ey, ganz ehrlich. Das war ja innerhalb von einer Minute, nicht mal ganz einer Minute, war meine ganze Basis zerstört. Also so schnell kann das doch gar nicht gehen, oder? Also... Das war jetzt ja... Na gut, ich würde mal sagen, ich hab mich ganz gut geschlagen hier mit der Wärmer, dafür, dass ich die... Ja, nee, das würde ich auch sagen. Dafür, dass ich die sonst nicht spiele. Guck dir das mal an! Also wenn ich mir einfach mal hier die Grafik angucke, ne? Immer relativ stabil und ganz hinten, wie... So richtig Inflation hier hinten, weißt du? Also das ist so ein Absturz in die Hölle, weißt du? Boden, Hose. Warte, ich bin gleich im Dings. Ich glaub, das sieht man gleich beim Mähwert ganz gut. Ja, ey, Alter, das ist... Was ist denn da so eine Kurve, ey? Falls es dir hilft, das waren auch zwei Kartuschkas, die noch mitgeschossen haben. Ja, das dachte ich schon, aber trotzdem. Das würde ich verstehen, warum können die Kartuschkas eigentlich in die gegnerische Basis schießen, wenn das zum Beispiel... Naja, wenn sie weit genug vorfahren. Ja, das weiß ich doch, aber ich meine, warum dürfen das zum Beispiel nicht normale Luftangriffe? Ich meine... Darfst du auch, wenn du erstmal im Gebiet drin bist. Achso. Ja, da sieht man es richtig schön. So eigentlich sehr lange gleich auf, dann gab es immer so bei Minute 36 einen Einbruch, das war dann auch so der Moment, wo es für dich schwerer wurde. Dann waren wir fast am gleichen Punkt und dann... Wutsch. Aber es gibt Punkte, wo ich besser war als du, das ist auch schon mal gut, ne? Und da unten der Bot. Der Bot, ich hab den ja nicht mal mitbekommen, das hat überhaupt was... Das Problem bei dem Bot ist halt, ich sag mal so, ich kann nicht mit und ich kann nicht ohne den, verstehst du das, meine? Ja. Andererseits bin ich... Ja, ich weiß, was du meinst. Einerseits bin ich froh, dass er zumindest ein bisschen was macht, ja? Auf der anderen Seite, der füttert dich, der fiedert dich halt so ungemein. Das ist halt eben das Problem. Du hast ja dauerhaft nur irgendwelche zwei oder drei Sterne Einheiten und die halten halt weitaus mehr aus, weißt du? Da muss ich mich nicht wundern, dass ich die sonst nicht wegkriege, ne? Und dass du dich dann... Wobei ich es auch sehr lange geschafft habe, die am Leben zu erhalten, ne? Ja, ja. Also wenn du deine Einheiten auch so lange am Leben erhalten würdest, ich meine dann den ganzen... Mörser waren ja auch drei Sterne, ne? Ja, ja. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir beenden mal die Folge 4 und, ja, dann einfach bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ciao.